Unser Felsquellwasser. Zweizeilige Sommergerste, Siegelhopfen und eigene Hefe. Hier in Krombach gibt es noch eine fünfte Zutat für unser streng gehütetes Braurezept. Die Leidenschaft für das perfekte Pilz. Wir halten uns aus Überzeugung streng an das fast 500 Jahre alte deutsche Reinheitsgebot. Und das wird auch immer so bleiben. Bei der Herstellung setzen wir als eine von ganz wenigen Brauereien in Deutschland auf das Zweimaischverfahren. Es ist deutlich aufwendiger, aber die Mühe lohnt sich. Für unseren einzigartigen Krombacher-Geschmack. So machen wir aus einem Bier ein echtes Krombacher. Auf Ihr Wohl